Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 120 Video. Heute ist es mal etwas anders wieder und zwar bin ich ein Duell gegen den Joschda. Moin. Da ist der Verrückte am Start. Joschda ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir drehen bei ihm nachher auch noch ein Video. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. So, wir machen eine Challenge und zwar gibt es ja hier hinten bei Sets so schöne Goldpacks. Und zwar die 250k, also ein Spieljahr-Bundle. Wir werden jetzt beide davon ein Pack öffnen. Also da sind 5 Goldspieler drin. Ich werde jetzt gleich eins öffnen und danach seht ihr dann die von Joschda. Werde ich euch dann einfach einblenden. Okay, ich würde sagen, ja, ich öffne mal. Du auch, ne? Ja, okay, okay, ich mache ja schon. Dann kommen wir Ronaldo. Okay, komm, let's go. Let's go, let's go, let's go. Und wir sagen nicht, welche Spieler wir haben. Das wird dann, sagen wir mal, so ein Überraschungseffekt. Okay, Jungs, mal gucken, was wir ziehen. Ja. Okay, 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 wir dürfen uns jetzt drei Spieler aussuchen von denen und die können wir dann in den Sturm oder ja, am besten in den Sturm stellen. Also da sind 5 Goldspieler drin. Ich werde jetzt gleich eins öffnen und danach seht ihr dann die von Joschda, welche ich euch dann einfach einblenden. Okay. Wird es sagen? Let's go. Ja, ich öffne mal. Du auch, ne? Ja, okay, okay, ich mache ja schon. Jetzt kommen wir Ronaldo. Okay. Okay, komm, let's go. Okay, du weißt, ich mache Plus aus solchen Facts. Genau, wir sagen nicht, welche Spieler wir haben. Okay. Das wird dann, sagen wir mal, so ein Überraschungseffekt. Ja. Okay, Jungs, mal gucken, was wir ziehen. Ah, okay. Okay, okay. Hey, wenn ich mir jetzt natürlich... Achso, man solltet sich das ja auch merken, das stimmt auch. Ach, Joschda, Junge. Joschda, wir lost. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, Alter. Ey, warte mal. Ja? Ich bin Sturm, Junge, ich habe nicht einen Rümer gezogen. Als ob. Ja, dann mach einfach ein... Dann mach ein IV oder so. Ich habe auch nur einen Stürmer gezogen. Hast du keinen Stürmer gezogen? Uff. Jungs, das ist... Doch, einen habe ich, glaube ich, gezogen. Doch, die denn. Genau, warte mal. Komm, wir gehen durch den Sturm. Ich habe deinen Namen hier mit... Ey, das hätte ich jetzt erst vergessen, wenn ich jetzt vorhabe. So, ich habe hier drei... Ich habe hier zwei Verteidiger im Sturm. Ja, bruh, Alter. Ja, die... Die machen das schon, die Verteidiger. Ich weiß nicht, ob ich so solche Rälle gegen andere YouTuber machen, sondern ich kriege noch die Fresse, Alter. Ja, wir machen auch, by the way, wir machen auch ohne Bestrafung. Also, ja. Ey, ey, wenn ich jetzt cheaten sollte, Kappa, und den Servicien, dann kannst du mich in deine Folge auseinandernehmen. Ja, mache ich. Ja. Ihr habt ihn gehört, ihr habt ihn gehört. Okay, hä? Ja, ich habe einen extra Gens, ich bin locked. Ich rief dir zu. Warte, ähm, ach, du hab dich nicht erst froh. Ja, ich hab dich auch nicht... Ja, frech hier. Frech. Ja, haben wir nicht nachgedacht. Dann muss ich jetzt hier ein paar Leute erstmal entfernen. So. Mich kannst du easy finden. Nee, nee, den will ich nicht hin. Warte, ich hab jetzt einen entfernt. So, let's go. Jetzt können wir. Ich hab jetzt irgendeine entfernt. So, wie heißt du noch? Ex-World-Club? Nein, Moritz GRE44. Mann. Jetzt? Moritz G? RE? G? Also klein, alles zusammen. Ja, ja. Ja, 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 alles zusammen klein. Moritz G-R-E? 44. E-R-E? Ja. 44. Perfekt, ja. Aber ich darf nicht finden, ne? Musst du finden, ne? Also, sag dann. Da gibt's ja nur ein, zwei, irgendwie, klar. Er ist 88, was ist das, ey? Ja, 88. So, schick mal Kulev. Ey, warte mal kurz, da wird's ja noch mehr Rumble, wenn ich jetzt verlieren sollte. Shit. Shit. Du hast jetzt alle Rumble reingetan. Was hab ich? Äh, hab ich drei gesagt? Ja, drei. Okay, dann. Achso, nee, der, achso. Warte mal, den anderen, den hatte ich, das war mal mein altes Team, da hab ich, ähm, warte. Ja, mach mal wieder. Ey, aber, warte mal. Hat ich vergessen. Nee, komm. Ich mach mal aus Fernessen schlechteren Keeper rein, damit das ein bisschen fairer ist. Da hab ich keinen Bock hier mit, sonst ist es nicht, wobei ich will es auch so verlieren, wahrscheinlich. Nee, du kannst einen normalen Keeper reinmachen, das passt schon so. Nee, nee, nee. Weil ich hab auch neuer drin. Nein, das ist nicht so peinlich, wenn ich verlieren sollte. So, das ist 100%ig gut. Ja, okay, aber ich bin mit neuer. Dennis, Dennis wird dir diesen hier machen, du weißt vielleicht nicht mehr. Also, ja. Ja, sowas von. Also, ich guck mir nochmal deine Team an, warte kurz. Ja, so einer, so einer ist das hier. Okay, ich schicke mir mal eins gegen eins. Hast du jetzt dein normales Team? Ja, ja. Okay, jetzt guck ich mal kurz 90. Hab ich auch sehr eingeladen, ich lieg. Ach, hier, oder? Ja, ich bin wieder verrückt. Ja, ich bin wieder schwarz. Komm, seh nicht. Okay. Josch, der Armee. Helmer, hast du echt ein 78er hinten los? Nee, das ist mein Torwart. Das ist ein neuer. 9,78. Ja, okay. Ja, ich hab jetzt 95. Ich hab jetzt... Warte, sorry. Ich hab grad die Anfrage gemacht. So. Jetzt hab ich... Aber ich hab jetzt ein bisschen mein Team mit Trotter verschlächt. Ein bisschen noch fern. Ja, okay. Aber es ist immer noch, glaube ich... Es ist trotzdem immer noch besser. Okay, es geht los. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich weiß dir selbst schon. Ich bin echt nicht gut. Ja, dann wird... Jungs, dann wird's ja ein easy win für mich, oder? Hey, was? Ey, und Spaß, ich bin für den Team nicht gewinne, oder? Ich hab... Du, ey, du hast aber noch zwei Spichtere reingetan. Oh, du hast Bruno... Ah, stimmt, du hast er Ferdinand. Ey, sei mal ehrlich. Ein Ferdinand. Ich hab den... Ich hab deinen Ausschnitt gesehen. Ich hab deinen Ausschnitt aus dem Livestream gesehen. Ich seh, er holt sich Ferdinand. Ich so... Okay. Er holt sich Ferdinand. Was ist los? Oh mein Gott, was ein Leck? Nee, die Leck... Weil, bei mir leckt's auch richtig. Junge. Junge, was hat das gemacht denn jetzt? Barbrausleitung. Frank, die von dem Kabel runter. Ja, wo flanke ich denn hin, Alter? Was sind diese... Was sind diese IVs? Die Innenverteidiger. Man kennt sie. Das mach ich. Nein, ich hab los. Ich hab Scheiße gebaut. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Das hast du jetzt eigentlich ausgenutzt. Das war jetzt mein Foto. Ich hab gedacht, der geht raus. Also Ecke. Komm, komm. Hey. Boateng, Junge, renn. Renn. Boateng. Äh. Ich hab gedacht, du flanke. Loil. Ich hab gedacht, du flanke. Ja, es war Tonio Gariga. Ja, hab ich auch, Kappa. Oh, Junge, Alaba. Oh, Junge, Alaba. 92, Gels. Nein, Ali. Komm, Kim. Alaba, Alaba. Machst du eigentlich, ähm... Nein, komm. Bei dir den Robinson oder der Oma, das ist mir egal. Habe ich noch. Ja? Weißt du was? Mutu. Hey, wieso? Nein. Ey, ich hab den drin gesehen. Ich hab den Tränen gesehen. Ey, Yoko. Ey, muss ich mal mal sagen, Moritz. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob ich vor allem am Game Valley kann auch sein. Aber eins gegen eins, so meine Verteidigung ist immer so frei. Und die des Gegners irgendwie nicht. Also, das check ich nicht. Ja, das sind, glaub ich... Ich bin nicht die Verteidigung, du hast ja mein Team gesehen. Ja. Das hat mein Team gesehen. Ich weiß... Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich hab's aber auch ganz sehen. Ich drücke vorher schon, aber der reagiert nicht. Ja, Delay. 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 Wer ist dieser Delay? Oh, er rennt jetzt aus. Dieser Delay, ich hab diese Probleme auch gegen Skywalker, ne? Es gegen Sky waren immer Delays. Der, ja, der hat auch Bambusleitung. Ja, was machst du denn? Ja, Goretzka, Junge. Ja, Junge. Musiala. Ja, wenn ihr euch das Challenge machen solltet, ich hatte eben nur, dann blammiere ich mich. Jetzt, renn. Jawohl. Nein. Ferdinand, Digga. Ja. Wofür gebe ich Geld für dich aus? Es leckt. Ja, Leute. Es leckt. Ich mein, natürlich, ich hab gesagt, ich hab kein Geld für ihn ausgegeben. Save 300 Euro reingepayt. 300 Euro. Ey, was macht der? Ne, ich hab jetzt einen guten Play bekommen, weißt du doch. Ich mach auf Dennis für den Play-Basis. Auf Dennis-Basis. Was für nachvolle? Ich hab mich verklickt. Oder ich mein, ich hab mich nicht verklickt. Verdrückt. Nein, nicht doch. Ich hab das selbe. Okay, du bist so... Ja, okay, Halbzeit. Der Moritz, ähm... Ja. Ah, das ist jetzt sehr belastend hier. 0-0, ne? 0-0. Ey, ich hab eigentlich... Ich kann nicht mit Spielern spielen, die so einen 70 im Sturm haben. Ja, ich auch nicht. Äh, in der Verteidigung wäre okay, aber... Ganz ehrlich, im Sturm ist das dumm. Das ist keine Ausrede, aber das ist echt ein Problem. Ja. Oh. Junge. Ferdinand. Ah, Ferdinand! Ich hab letztes Problem. Er hat immer was, weil ich verliere trotzdem. Robert, jetzt. Jetzt. Junge, Kim. Junge, Kim. Nein! Mann! Digga! Junge, Boateng, was machst du da? Junge. Ja, GG, Digga. Stark gespielt. Ja. Ja. Ja, ist so. Ist so, Digga. Direkt abstoßen, den Schmutz. Ey, ey. Hm? Für mich hat Mokile einen Kopfball gegen, wer war es, gegen Ferdinand gewonnen, gegen Eiken. Ich weiß, Mokile ist jetzt was anderes, aber trotzdem ist es dasselbe. Guck mal Ferdinand und der Mokile an. Ja. Ferdinands Werterleite mit Kopfball und so. Ja. Ja, das ist... Ja, der ist... Ja, der Boateng direkt abstoßen, den Schmutz. Ja. Der kommt! Der kommt! Zimmer, Zimmermann, die Legende. Die Legende, Zimmermann. Zimmermann. Mujala. Oh. Komm, was ist denn? Ja, ja. Ja. Nein. Ja, Boateng, Junge. Nein, komm, Leute. Komm, hier. Ey, easy. Nein, 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 nein. Oh, oh. Soll den, geh nicht hin. Geh nicht hin, für den. Jetzt, Alaba, geh dahin. Stark, Alaba. Ey, Junge. So muss das. Ich mach jetzt voll Angriff, Alter. Was denn? Voll Angriff jetzt. Nein, nein, nein. Gönn, 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 Gönn. Komm, Gönn, Gönn. Der geht nicht. Nein. GG, Digga. GG. Digga, solche Tauern sind nur Asi, ne? Alter, ja. Ich hasse die. GG, Digga. Ja, Jungs, das glaub ich, ich hab mir nicht mehr. GG, Alter. Ja. Du musst dir mal Bale holen in Worses, ne? Wenn Bale solche Tore macht, der macht solche Tore fast immer. Bale? 9 von dem rein. No joke, dieser normale Bader. Der normale? Der ist so hohe Powers. Okay. Ja, das ist auch hohe Powers. Ja, also wenn den hochtrainiert, logischerweise. Also, ja, ja. 81 ist ja vielleicht nicht so krass, aber auch. Ja. Ist schon wild auf 90. Naja, okay. Aber, oh, oh, Duna Riga, komm. Rückspiel, Rückspiel gibt Rache. Komm, komm. Jawohl, ja. 3-0 Weltweg. Na, hör auf. Das ist genug. 3-0, komm, ne? Na, komm. Wer hat das? Gehen? Komm, eine Chance noch. Nein. Ja, okay. GG. GG. Okay, Spaß. GG, Moritz. Ja, GG, Josh. GG. GG. Jungs, wie gesagt, das Rückspiel gibt's auf seinen Kanal, oder das andere Spiel gibt's dann auf seinen Kanal. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, ich bedanke mich hier dann jetzt fürs Zuschauen. Danke, Yoshi, für deine Anwesenheit hier. Ja, kein Ding. Und ja, wie gesagt, checkt ihn aus unten in der Videobeschreibung. Abonniert ihn, ganz klar, den Ehrenbruder Yoshi. Und ja, ich bin an der Stelle raus. Yoshi hat das Antwort. Haut rein und ciao. Okay. Und ja, ich bin ein Ding, ich bin ein Ding, ich bin ein Ding, ich bin ein Ding.